Hallo, in diesem kleinen Video zeige ich Ihnen, wie Sie in der BR24 App Videos anschauen und trotzdem in der Anwendung weiter Texte lesen können. Videos erkennen Sie an diesem Play-Knopf. Wenn Sie ihn drücken, startet das Video. Möchten Sie das Video auf voller Bildschirmgröße ansehen, dann drehen Sie Ihr Gerät in den Horizontal-Modus. Sie können aber auch ein Video quasi nebenher laufen lassen, ziehen Sie das Video einfach runter. Jetzt können Sie in der App weitere Nachrichten lesen und dennoch das laufende Video mitverfolgen. Wenn Sie das Video vorzeitig beenden möchten, ziehen Sie es mit dem Finger einfach zum linken Bildrand. Danke fürs Zuschauen. Bei Fragen und Kritik freuen wir uns über Ihre E-Mail.